Hallo meine Punkt-Freunde und herren zu Mario Maker 2 Story Mode Schon ewig hätte ich das jetzt gesagt, vielleicht bleibe ich ja auch wieder dabei, das ist ein alter Spruch von mir So, machen wir auf jeden Fall weiter mit Level 64, schnell, schneller Schlangenblock Was gibt es Schöneres als Schlangenblöcke? Ganz einfach, schnelle Schlangenblöcke Wer sie für mich austestet, dem winkt ein großer Lohn vom Schlangenblock, Freundin Naja, also, die brauchen das Geld eh nicht, denke ich mal Ich weiß ja immer noch nicht, wofür man Geld sammeln kann, aber okay Ja Die Option steht auf jeden Fall Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man Wie Wofür braucht man denn das Geld? So, das Kommt mir einfach nicht in den Sinn Was man noch mit dem Geld so anfangen könnte Vielleicht weiß es ja einer von euch, der gerade zuschaut, aber Wahrscheinlich nicht So, hier, warten mal, chill mal, können wir nicht So, ich kann nicht reden, aber Kenia Okay, äh, oh Gott, oh nein, war das ein Fehler? Nein, war das nicht, okay Zack Weiter geht's mit einem, oh schade, kein Progressive Power Up, nur ganz normaler Pilz Oh, das ist aber cool aufgebaut Oh Gott, ich muss aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit die Renntaste gedrückt halte, weil sonst mache ich irgendwelche dummen Fehler und mache irgendwelche Walljumps, die ich gar nicht machen will Ich glaube, man kann sogar Ja, Walljumps, ähm Wow, man kann, glaube ich, sogar in diesen Stachelblöcken, an irgendein Theme, ich glaube, sogar in diesem Theme Äh Wechslein, das ist ein Glitch Das, glaube ich, geht Also an der Seite hier von den Spice, da kannst du einfach, äh, dich runter, äh, ja Festhangeln, sage ich mal Äh Ohne Schaden zu nehmen, meine ich halt, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll Halt, dass ich hier so an einem Rand, an der Seite von dem Stachelblock So, so runterrutsche Ja, ja, so runterrutsche Ja, vorherrutschen ist es ja nicht, aber Ich weiß halt nicht, was ein anderes Wort ich benutzen soll Ja, ich brauche ein Doom Nee, was, äh Halt, ob Ey, komm, Ziel Hallo Ziel Oh Gott Oh Gott Oh Gott, okay Und Scho, boing Yes Nice Alright Alright Ich denke nicht, dass wir noch viele Folgen brauchen Vielleicht Spiele ich noch eine Stunde Höchstens zwei Ich glaube nicht, dass wir so lange brauchen, aber ich weiß es nicht Wir werden mal sehen Auf die Dauer hilft nur Power Ähm, ähm, rote Powerblöcke sind mächtig Halt, Y gedrückt, um eine aufzuheben und lasse den Knopf los, um den Block zu werfen Pau, diese mächtige Druckwelle muss ich genau erforschen Dann mach das mal Yeah Sorry, ich musste kurz auf mein Mikro schlagen, damit ich sehe, dass das auch wirklich das Mikro ist Weil manchmal ist mein PC einfach dumm oder mein OBS oder nicht nur OBS und auch mein Diskurs Das ist das Problem, das hat denke ich einfach das ganze mal bei PC so Aber kann ich einfach so machen und dann macht er alle Ja Wow, wie schlau Ähm, das ist einfach das Mikro von meinem Die Musik ist cool Das ist einfach Die, dieses Mikro von meinem, ähm, von meiner Facecam benutzen Das ist dann nicht so geil Was, das hat noch gezählt? Weil ich bin hochgekommen Äh, ich glaube, wie ich es jetzt machen soll Deshalb, genau zurück, weil ich die 10er haben will Einfach, weil ich sie haben will Es gibt keinen Grund Ich will sie einfach Ah, nein! Ey, was ist ein Scam! Ey, das ist aber nicht so nett Und jetzt habe ich das hier verkauft Cool Das ist wahrscheinlich eher so ein Nebenbei-Power Aber ich bin krass genug Ich brauche hier keine Power-Ups, ja Siehst du, ich habe schon Checkpoint-Reihe Was wollt ihr? Zack Ich wusste gar nicht, dass die, äh, Power-Blöcke, ähm Was die Pause hat, die Blöcke kaputt machen können Hier Das wusste ich nicht Und die Ukraine, die anscheinend auch aktiver Hier lernt man voll was über Power-Blöcke Das ist ganz cool Ja, ähm Ja, gut, ne Das ist dann nicht sehr optimal So will ich das nicht, aber okay Das geht nicht an der Zeit Ich will ich Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß Kein Ding für den King, ne Bam Achso, die waren nicht im Spiel Huia! Yes, man Das hängt fest sogar aus Huia! Nice So, warte Nein Nein Ah, Mann Das sind Wir sind bestimmt alle fake Die sind alle Nur Deko Die wollen mich nur ärgern Weil ich dann die Coin nicht bekomme Aber ihr kriegt mich nicht Nein Nein Ihr kriegt mich nicht Schon zwei Level in der von fünf Minuten Also da könnt ihr mir nicht sagen, dass das noch ewig dauert Also ganz ehrlich Das kann doch nicht mehr so lange dauern, bis wir alle haben Alle 90 Level Der Parakäferflüsterer In diesem Level muss man geschickt von Parakäfer zu Parakäfer springen Aber vorsichtig ist es einfach, Parakäfer zum Steigen zu bringen Zum Sinken bekommt man sie aber nicht so leicht Ach, der Himmelsverwalder Alla Verwalder Okay Das wird aber trotzdem Kein Ding von mich Das wird viel zu einfach Ich würde es euch anzeigen Okay, ich nehme alles Ja, ich nehme nicht alles zurück Ich nehme nur die Hälfte zurück Ich bin immer noch ein Pro Auch wenn man es gerade nicht gesehen haben sollte Ich weiß auch nicht, warum ich es nicht gesehen haben sollte Ich bin ein richtiger Pro Siehst du, ich habe den Pils Jetzt habe ich den Pils Ja, ich nehme lieber den Und dann kriege ich hier die Coins Hoffentlich Ich muss nur auf die drauf springen Dann sinken die Kein wenig Das ist gut Glaube ich Hallo, warum sinkt ihr nicht mehr? Warum hat er gerade nicht mehr Okay, die Dinger sind seltsam Ich kann Ich muss große Sprünge machen Damit der ganz kurz sinkt Also die Idee So Levels ist tatsächlich richtig cool Also ich mag die Idee des Levels Oh, come on Das ist aber schwer Also es sieht auf Es sieht schwer aus Ja, komm, Luigi Ich will den einfach nur ausschalten Komm, Nintendo Das ist es euer Ernst Ist das euer Ernst? Wir würden überhaupt die Luigi-Modus haben Wenn man dann nicht mal alles bekommen kann Ich will das Mario-Kostüm am Ende bekommen Ja Also ich glaube, es ist das Mario-Kostüm Was man irgendwie bekommt Falls ich mich noch erinnere Du, 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 du Verhalts aber nicht Dann so Rie Komm, sink nach unten Er singt Also er singt nicht wie La 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 Aber er singt wie Ich gehe nach unten Oh Gott Ja, okay Scheiße auf die Münze Ich brauche eh keine Münzen Ich bin schon steinreich Bin schon steinreich Ich bin schon goldreich Ich bin schön holzreich Ja, ja Wieso? Was lebt noch? Ich lebe noch Warum lebe ich noch? Habe ich das verdient? Nee Eigentlich nicht Oh Gott Ich würde vielleicht den da oben wegbringen Oh, wo soll ich denn die Checkpoints Wenn man ihn braucht Oh, ich dachte mir so Vielleicht sollte ich es dann nicht mehr gedrückt halten Okay Das Level dauert ewig lange Deshalb mag ich das schon mal nicht Was ist das Level? Wieso? Wieso? Nee Wisst ihr was? Ich bring mich kurz um Was ist das? Das mache ich jetzt extra Ich bring mich kurz extra um Weil mit einem Leben will ich es nicht nochmal machen Weil wenn ich ein Checkpoint erreiche Falls es einen gibt Nintendo Dann Dann Es juckt es eh nicht Ach toll Jetzt habe ich schon so viel Zeit Für dieses eine Level Verspendet Immer Es ist immer so Ach warte Jetzt ist es mit Luigi Mode Nein Oder Ich gehe mal auf aufgeben Ich gehe noch meines Level Nicht Nicht Ich will noch nicht Den Luigi Mode anhaben Weiß nicht Ob ich ihn anhaben Oder nicht Ich weiß nicht mehr was er macht Aber Wir wollen es auch nicht sehen Naja gut Eigentlich schon Wir wollen da schon wissen Was der Wie das so aussieht Im Noob Modus Aber Ich zeige es euch nicht Weil ich es nicht brauche Ja cool Okay vielleicht kann ich das ja Nachdem ich alle Level Geschafft habe Mal zeigen Das weiß ich jetzt nicht Ob der dann immer nur aktiv bleibt Bei den Leveln Schon mal geschafft hat Das habe ich nicht getestet Wenn ja dann Könnte ich theoretisch euch das Das zeigen Hätte dann mache ich das mal Ja dann mache ich das mal Ja ich hätte nicht mal die Rentaste gesucht halten Ich werde jetzt noch springen Damit der nach unten geht Ne Wenn ich jetzt sprinten würde die ganze Zeit Dann ist es seltsam Oh Gott Der muss nach unten Danke für die Coin Nein Wieso Was ist denn bitte die Hitbox bei denen Ach komm jetzt Boah Jetzt ist die ganze Folge wieder am Marsch Nein Okay Cool Dann dauert es wohl ein wenig länger Bis wir die Level alle geschafft haben Hier insgesamt 30 Ja gut Wir haben jetzt schon nur noch 25 oder so Aber Trotzdem Es sind einige Level Die wir leider noch In mehreren Parts aufbringen müssen Ne ich habe jetzt nicht erwartet Dass ich es in diese Folge schaffe Das nicht Leute Aber ich habe gedacht Dass ich das eventuell in Nein Nein Wieso Wieso macht er das Wieso Kann mir das Jemand erklären Nö Können wir nicht Achso Na dann Was mir klar Nintendo nicht erklären können Weil das Bullshit ist Sag ich einfach so Ne Da werde ich jetzt Wenig aggressiver Leute Könnt ihr Nintendo verdanken Dass ich da jetzt aggressiver werde So ich lasse mal 2 Ich will 2 haben Und halt jetzt doch wieder Y gedrückt Oh verdammt Am Ende kostet mich Dieser Hit Das mein Leben Ich sag's euch Am Ende Brauch Oh Gott Ähm Bitte steck mich nach oben Dankeschön So Aber steck bitte nicht nach oben Sag dir wenn du hochsteigen kannst Das wäre Jetzt Das würde passen So okay Bitte nicht mehr runterfallen Oh Gott Nicht mehr Y gedrückt halten Nicht dass ich hier Außersehen runterrutsche Oh Gott Aber das ist auch echt Schwierig finde ich Oh ich muss nach unten Glaube ich Oder Einfach scheiß auf die Münzen Es gibt dir nichts Alles zu sammeln Deshalb ist es egal Es ist einfach nur ein Bonus Für die die Echt lebensmüde sind Und absolut keine Hobbys haben Also noch weniger als ich Ja Als ob Ja moin Tschüss Ach komm Beim Ende mal wieder gestorben Ich war natürlich halt rechts gesprungen Hätte ich das gewusst Sorry Bin noch etwas krank Hätte ich das gewusst Ja das Level wirkt auf mich halt wirklich wie das langsamste Scrolling Level ever Oder bin das nur ich So Wilde Boom Boom Party Grahaha Ich hab ganz viele Boom Bums eingeladen Und in der windigen Stadt hier feiern sie jetzt ein ausgelassenes Fest Wer das Ziel erreicht kriegt einen Haufen Münzen von mir Aber das dürfte wohl unmöglich sein Naja Mein lieber anonym Nichts ist unmöglich Mit Super Mario Okay Nur dass wir das schon mal hier feststellen Mario Für Mario ist nicht so unmöglich Ja Mario Ist unser Retter des Tages Und auch der Wochenend Schmal auch des monats hier des jahres ist aber nicht denn das ist nur luigi zumindest wenn es das jahr ist so dank für die coin ich renne hier jetzt einfach durch warum ist die musik denn nur so gut ich verstehe es nicht aber besser so denn die gefällt mir sehr ja die musik gefällt mir sehr komm ich will ihn warum war das jetzt ein gegentreffer das zählte überhaupt nicht aber ein checkpoint den film ist ganz nett wo ist das ziel lass mich durch da ist ein boss kampf gegen reiner keim und du 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 reiner kam und kann mich nicht besiegen nicht aufhalte niemals ja tatsächlich tatsächlich ganz nettes level die idee ist cool die umsetzung ist ein wenig schwach da könnte man noch ein wenig mehr mitmachen aber das ist ein tolles denn warum werde ich level von nintendo fragt mich nicht okay ich mache es einfach lasst mich was mich machen ich bin profi vertraut mich bin profi riesen kugel willi verfolgungsjagd nachdem ich meine festung mit riesen kugel willis ausgeschaltet habe sollte sie nun wirklich sicher vor mario sein aber das habe ich in der vergangenheit auch schon oft gedacht und dann ich brauche jemanden der mit y durchspin und alles noch mal testet okay das mache ich gerne ja hoch diese mario bruder ist going to win because me is very gut speaking englisch language so das habe ich finde ich cool das kommt mir jetzt auf den ersten blick direkt richtig cool rüber vielleicht mache ich sowas auch stimmt ich mache sowas auch nein warum spinne ich auf ihn drauf ich weiß nicht mal ob das überhaupt geht oh gott okay aber das ist cool das ist richtig cool ich will so ein level auch bauen ganz ehrlich das ist immer richtig cool nein schon wieder viel zu viel zeit verloren hier hoch springen zack runter mit dir zack die coin holen weil ich geldgeier bin oh mein gott beeil dich bitte nein guter troll luigi halt die klappe das ist aber echt guter troll das ist ein echt guter troll oh mein gott wenn ich irgendwann irgendwann baue ich ein troll level leute und das wird dann auch ein troll sein aber hier alles normal ja wohl das passen so ein toll wenn ich rein aber ich war auf jeden fall irgendwann so ein level so ein level in der art oh gott ja jetzt habe ich schon verkackt ich habe nicht genug zeit ja keine ahnung was ich da gemacht habe tut mir leid leute ich bin anscheinend brain auf komm jetzt schauen was welcher ist die chance und bring mich um mit einem leben für ich es nicht halb versuchen so weil ich hoffe immer noch auf meine checkpoints ja meine wunderschöne checkpoints so die keulen immer mit gebrauchen ok ok den aktiviere ich mal in der hoffnung dass alles passt sorry leute ich bin dumm ich weiß nicht warum ich nicht für die 55 gegangen bin aber okay ist eigentlich was wollen die hier von mir ich habe nur noch ein leben wollen wollen die jetzt dass ich da durch renne die tende soll ich dadurch reden sieht so aus okay 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 nintendo ist okay nein das erste schaden noch in dieser folge da können wir mal das mache ich noch geht keinen ich wollte nur kurz nachgucken alles gut nein das will ich nicht starten ich will das hier machen genau also die 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 schwierigkeitspunkte die sind in meinen augen an manchen der wünsch schlecht verteilbar das level hier finde ich hätte alle sterne bekommen das ist ein schwieriges ist ein sehr cooles level schon aber coole levels können auch sehr schwer sein so wie das hier das heißt ja nicht als ein schweres level schlechtes es gibt ja leute die mögen troll level nicht oder kaiser level nicht aber ich meine es kann ja eigentlich auch ein gutes level sein soll und kaiser level oder sowas ja ich meine kaiser level mag ich nicht aber troll level die mag ich ganz also naja es kommt darauf an ob das ein gutes trolle ist ob die trott mich auch bekommen und ich bin da definitiv nicht nach gott gott natürlich am ende gestorben aber leute werden euch die folge zum lachen gebracht hat mich zum beispiel dann lass doch gerne mal den däumchen der nach oben zeigt da ausgedrückt bei eurem bildschirm um den anderen aber macht das lieber nicht das gleich ist nicht so toll aber likes und toll ja weil dann werde ich vielleicht bei anderen leuten empfohlen das wäre ganz cool finde ich vielleicht neue freunde weil ich habe keine freunde lassen wir uns alle rein und bis zur nächsten folge von mario becker zwei sorry mode und ciao